Smart TV 2023 – Einstellungen zum Energiesparen Von Helligkeitsoptimierung bis automatisches Ausschalten. Schone die Umwelt und spare dabei Geld. Entdecke die verschiedenen Einstellungen zum Energiesparen deines Neo QLED TV. Drücke die Smart Hub-Taste, navigiere nach links und wähle dort Einstellungen. Ganz rechts findest du den Punkt Alle Einstellungen. Wähle Allgemein und Datenschutz. Hier findest du den Menüpunkt Ein-Aus- und Energiesparen. Aktivierst du die Helligkeitsoptimierung, wird der Bildschirm in dunkler Umgebung automatisch auch dunkler. Beachte, dass bei dieser Funktion der Stromverbrauch steigen kann. Du kannst hierbei auch eine Mindesthelligkeit festlegen. Wählst du Energiesparlösung, wird der Stromverbrauch durch Anpassen der Bildschirmhelligkeit reduziert. Das trifft auch auf die bewegungsgesteuerte Beleuchtung zu. Aktiviere den Bildschirmschoner, damit er sich einschaltet, sollte dein Smart TV zwei Stunden oder länger ein Standbild anzeigen. Wenn weder Zugriff über WLAN auf das Internet erfolgt, noch die Fernbedienung längere Zeit genutzt wird, schaltet diese Funktion den Bildschirm ab. Mit dem Menüpunkt Automatisches Ausschalten kannst du einen Zeitraum festlegen, wann dein TV sich selbstständig ausschalten soll, wenn keine Interaktion erfolgt. Praktisch? Der letzte Menüpunkt zeigt dir an, wie viel Prozent Ladung der Akku der Fernbedienung noch hat. Viel Spaß beim Ausprobieren!